Ja wir sind auf dem Gipfel. Wie viele Meter waren das? 265, mindestens. Das sind 3000. Locker, locker. Einmal in die Kamera winken. Und hier ist der Robert. Wir haben ein bisschen Problem mit dem Wetter, aber das sieht schon... Trotzdem sind die Tornados hier oben gekommen. Genau, die Nebeltornados. Ja man, hier ist das Kreuz. Ich muss ihn mal küssen. Unglaublich, das ist ein Geröllfeld. Das ist eigentlich nur ein Geröllberg, so ein Kegelberg. Hier haben wir einen riesen See. Der Aufstieg war bis auf die letzte Etappe relativ einfach. Die Wege waren ein bisschen komisch, aber... Die letzte Etappe war so hart. Ja, die war richtig hart. Aber wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, ja. Wir müssen doch runterklettern, das wird auch nicht so... Nein, ist egal. Ist doch egal, wir schicken das Video direkt online und merken, dass wir... Genau, ernsthaft. Hat man hier empfangen? Direkt auf YouTuber. Oh ja, Alter. Wir haben es geschafft, ja. Warte, bin ich schon mal froh, du Videotappen empfangen, Junge.